Hallöche meine Freunde, heute soll es um die Oberfläche der PS5 gehen. Wir haben neue und geile Features mitbekommen und für mich als Streamer sind auch nochmal richtig geile Sachen mit bei. Vielleicht ist das auch was für euch, also bleibt am Start. Mahlzeit meine Freunde, willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist GameBuddy. Hier findet ihr alles zu Open World, RPG, Rollenspielen und Co. Vor allem zu Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk, aber auch News möchte ich hier behandeln. Darum soll es auch heute gehen. Wir haben die Oberfläche der PS5, die wir sehen können. Und wenn ihr ansonsten keine Videos verpassen möchtet, dann abonniert doch gerne unten meinen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen und mir helfen. Und dann lasst uns mit dem Video beginnen. Ja, wie ich es angesprochen habe, heute soll es um die Oberfläche der PS5 gehen. Ich lasse euch im Hintergrund ein Video laufen von der öffentlichen Bekanntgabe bzw. Präsentation der Oberfläche. Und ich muss sagen, es gibt hier sehr vieles, was ich geil finde. Wobei es auch den einen oder anderen Punkt gibt, wo ich sage, naja, braucht man vielleicht nicht ganz so. Fangen wir mit der Oberfläche einfach mal gleich direkt an. Denn ich finde diese Oberfläche wirklich extrem geil. Mir gefällt das, denn ich bin sowieso schon so ein kleiner Technik-Nerd, der gerne mal neue Dinge hat. Und dann möchte ich aber auch, dass die Oberfläche danach aussieht. Das heißt, dass sie nicht altbewährtes ist, was man schon kennt, sondern man so ein bisschen was Neues hat, wo man sich reinfriemeln muss. Und wenn ich schon 500 Euro für eine neue Konsole ausgebe, dann erwarte ich auch, dass die Oberfläche so ein bisschen anders ist. Und das, was man bislang gesehen hat, hat mich sehr positiv gestimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte aber auch gleich vorweg sagen, dass das Ganze noch in der Beta steckt. Denn sie haben in der Bekanntgabe, beziehungsweise im öffentlichen Video, haben sie auch ganz klar gesagt, dass das ein oder andere bis zum Release auch noch geändert werden kann. Von daher, das ist nicht die endgültige Fassung. Wobei, wenn sie so bleiben würde, ich mich gar nicht ärgern würde. Denn ihr seht auch hier, wir haben sämtliche Menüs und auch Anzeigen vom Spiel her, die auch ziemlich geil sind. Zum einen für euch, die vielleicht Trophäenjäger sind. Mich kümmert das Ganze ehrlich gesagt nicht ganz so sehr. Denn ich habe nur ein paar ausgewählte Spiele, wo ich wirklich sage, da möchte ich unbedingt die Platin-Trophäe haben. Ich weiß aber auch, dass es einige von euch da draußen geben wird, die möchten halt auch diese Trophäen alle sammeln und möchten halt auch einen besseren Einblick haben darüber. Und ich finde, das haben sie hier ganz, ganz gut präsentiert, sodass ihr, wenn ihr das Spiel quasi anwählt und ihr habt es ja, dass es unten links diesmal angezeigt wird, beziehungsweise unten rechts, Entschuldigung, unten rechts angezeigt wird, und welchen, ja, Trophäenstatus ihr habt und was euch noch quasi fehlt. Das könnt ihr alles dort direkt gleich einsehen und beziehungsweise gleich aufrufen, was ich ziemlich genial finde. Zumindest für euch, Trophäenjäger. Was ich auch richtig, richtig gut finde, zumindest für einige Spieler wird das sehr, sehr gut sein. Und zwar könnt ihr jetzt, wenn ihr ein Spiel in der Oberfläche anwählt, einsehen, was für eine nächste Mission ihr habt, beziehungsweise welche ihr aktuell gerade macht. Und die künstliche Intelligenz von der PS5 errechnet, ja, wie lange ihr in etwa noch für diese Mission braucht. Also beispielsweise ihr das System bemerkt, ihr seid zum Beispiel eher vorsichtige Spieler und dementsprechend wird sie aufgrund eures Spielstils errechnen, wie lange ihr noch für diese Mission braucht. Ich denke, das ist ein Feature, was den einen oder anderen durchaus sogar interessieren könnte oder kann. Vor allem im Vergleich zu vielleicht auch euren Kumpels. Ihr braucht vielleicht beispielsweise, wenn euer Kumpel fragt, na, wie lange braucht ihr für die Mission noch, wollen wir danach zusammenspielen etc. Könnt ihr da in etwa einsehen, ey, pass auf Bro, wir können uns in 10 Minuten treffen. Kann ein ganz nettes Feature sein an der Stelle. Ich persönlich brauche es nicht und ich werde es wahrscheinlich hier und da auch nicht nutzen. Ich bin lieber jemand, der sich überraschen lässt, wie lange eine Mission geht, aber ich denke, für viele da draußen ist das durchaus etwas. Was ich persönlich richtig gut finde, da kommen wir schon mal gleich so in Richtung Ladezeiten etc. pp, denn ich denke, das wird auch die meisten wirklich interessieren. Und ich will auch da ganz explizit darauf eingehen, denn ich habe in meinen letzten Livestreams und da mache ich aber auch gleich eine kleine Werbung für mich. Leute, immer am Wochenende mache ich Livestreams. Freitag fange ich in der Regel an, das ist aber ein bisschen abhängig von meinem Schichtplan, aber Samstag, Sonntag wird auf jeden Fall live auf meinem Kanal gestreamt, immer. Und schaut gerne mal vorbei, ihr könnt mir da auch Fragen stellen und dann mache ich auch explizit Videos, wie jetzt auch diese hier. und ich würde mich einfach freuen. Ja, ich habe schon viele, viele gute Abonnenten kennengelernt und ich versuche auch immer mal mit einem Abonnenten zusammen zu spielen. Also wer Bock drauf hat, schaut am Wochenende gerne vorbei. Auch hier auf YouTube selbstverständlich. Gehen wir aber mal zurück. Und zwar wurde ich in dem ein oder anderen Livestream auch zu den Ladezeiten befragt und ob das dann in Zukunft so, wie es halt auch das Marketing immer von Playstation sagt, dass es quasi keine Ladezeiten mehr gibt, ob das Ganze so stimmt. Und in dem Video kann man ganz gut sehen, dass die Aussage, dass wir gar keine Ladezeiten haben, so nicht stimmt. Ganz klar. Aber man muss auch ganz deutlich sagen, sie haben sich stark minimiert. Ich werde euch natürlich im Hintergrund, werde ich euch da zum Material einblenden. Dann könnt ihr mal sehen, zu einem Spiel wie Red Dead Redemption 2 und wie stark die Ladezeiten sind. Ich denke, jeder von euch, der Red Dead Redemption 2 gespielt hat, weiß, dass dort die Ladezeiten sehr, sehr hoch sind zum Teil. Und wenn mich nicht alles irrt, wurde mal angesagt, dass die Ladezeiten zwischen 4 bis 10 Mal so schnell sein sollen. Und alleine auch der Systemstart, also alleine um die PS5 hochzufahren oder auch ein Spiel zu starten, ist so unglaublich schnell geworden. Und man kann in etwa sagen, so bei einer Ladezeit von etwa 20 Sekunden, was erstmal nicht viel klingt, aber sind wir ganz realistisch. Jeder kennt das von uns, wenn er ein Spiel starten will, wenn man erstmal im Hauptmenü ist, bis man dann endlich im Spiel selbst ist, dann sind diese 20 bis 40 Sekunden schon unglaublich lang teilweise. Und die entfallen hier quasi. Also man hat hier Ladezeiten teilweise von 4 Sekunden. Und das ist fantastisch. Das finde ich wirklich so unglaublich genial. Mich würde das interessieren, wie es zum Beispiel bei einem GTA 5 aussieht. Denn auch das Problem, denke ich, kennt jeder. Wobei ich da vorsichtig wäre mit den Ladezeiten, das möchte ich auch vorweg sagen. Denn Sachen wie zum Beispiel GTA, wenn wir in GTA Online rein wollen, wage ich zu bezweifeln, dass die Ladezeit rein nur von der Konsole abhängig ist, sondern hier auch viel die Server eine Rolle spielen. Ja, das heißt also, wenn ihr zum Beispiel Online-Matches spielen wollt, in verschiedenen Spielen, sei es in FIFA, sei es in GTA, etc., dann glaube ich nicht, dass die Hauptladezeit hauptsächlich von der PS5 dann ausgeht, sondern eher von den Servern. Ja, also ob ihr dementsprechend einer Lobby beitreten könnt, wie schnell sind die Server, wie schnell können sie das verarbeiten. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da haben wir noch leider keine Informationen zu oder Videos, leider. Da bin ich aber auf jeden Fall gespannt. Und wie man hier auch sehen kann im Video, wir haben ja bei der Xbox beispielsweise das neue System, das wir, ich glaube offiziell wurde mal gesagt, für die neuen Generationen Spiele zwischen 3 und 4 Spiele, die man im Hintergrund laufen lassen kann und schnell switchen kann, ohne dass man ein Spiel schließen muss und ein neues dafür öffnet, sondern ihr quasi hin und her switchen könnt zwischen diesen einzelnen Spielen, sofern ihr sie quasi gestartet habt. Das geht wohl auch sehr, sehr schnell, keine Frage, aber es ist zum Beispiel ein Feature, was ich persönlich überhaupt nicht verwenden würde. Es ist nett, aber ich würde es nicht verwenden. Wenn ich mir die Ladezeiten hier bei der PS5 angucke, wie schnell dieses Spiel wirklich geladen ist und wie schnell ich in dem Hauptmenü bin, dann muss ich ganz klar sagen, dann reicht mir das völlig aus, weil die Ladezeiten sind absolut krank. Tut mir leid, aber sie sind absolut krank. Finde ich richtig genial. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, denn ich möchte es ein bisschen verbinden und zwar ist es die Speichererweiterung selbst. Wir werden nicht viel Platz haben. Also wie man munkelt, so zwischen 600 und 800 GB, die offen bleiben, bleibt abzuwarten. Auch da ist es so, dass wir in der Zukunft nochmal eine Speichererweiterung kriegen. Wir können natürlich auch unsere externe bisherige verwenden, aber nicht um Spiele zu starten, sondern lediglich um abzuspeichern. Denn für den reinen Start und für die Performance der PS5 braucht er natürlich eine passende Speicherkarte. Die kommt aber mit der Zeit raus und wird auch sehr, sehr teuer zu Anfang werden. Aber es wurde auch schon gesagt, das wird noch Drittanbieter geben, die dann halt Speichererweiterung anbieten. Also da haben wir die auf den Augen erhalten. Ich würde vorschlagen für euch, und das werde ich auch nicht anders machen. Ich werde auch eine Speichererweiterung kaufen. Das wird aber nicht gleich passieren. So, dann möchte ich auch zum nächsten Punkt kommen, denn wir haben noch weitere Features. Das eine Feature, das hat man jetzt bei der PS4 quasi auch schon umgesetzt, das ist der Beitritt in Partys und das auch jetzt für die PS5 dann die Partys generell größer werden sollen. Auch die Anordnung soll nochmal sich ändern. Ich muss ganz klar an der Stelle sagen, nach dem letzten Update auf der PS4, finde ich, wenn es wirklich so auf der PS5 laufen sollte, dann ganz ehrlich, finde ich das nicht gut. Denn ich war immer ein Fan davon, wenigstens einsehen zu können, wer lädt mich in eine Party ein, von wem bekomme ich eine Einladung. Ganz einfach aus dem folgenden Grund, dass wenn ich spiele beispielsweise, kriege ich recht viele Einladungen. So, jedes Mal muss ich aus dem Spiel raus switchen, muss gucken, wer lädt mich gerade ein und passt das gerade, will ich das gerade oder wie auch immer und man hat mittlerweile keine Übersicht mehr vernünftig darüber. Ich bin gespannt, ob sie das bei der PS5 ebenso machen werden, diese Kombinationssystem aus, man ist sofort an der Party, hat aber auch gleichzeitig nochmal alle Leute im Nachrichtenforum quasi drin, das heißt, wenn ich Nachrichten oder Bilder teilen möchte, dann mit den Leuten, ich muss sie nicht mehr separat anwählen, sondern wir sind alle sofort auch in einem neuen Nachrichtenpool zusammen drin, finde ich in der Kombination nicht schlecht, das muss nicht jeder mögen, ich finde es persönlich gar nicht so schlecht, wenn man dann doch mal irgendwie was teilen möchte und dann sind schon alle mit drin, ohne dass ich sie dann nochmal neu anwählen muss quasi, das finde ich gut, aber das momentan keine vernünftige Einsicht ist, ich hoffe nicht, dass sie das so auf die PS5 übertragen werden, bin ich ganz klar. Dann für mich als Streamer und Content Creator finde ich sehr, sehr interessant, dass wir die Möglichkeit haben, dann in Zukunft auch in 4K-Auflösungen Videos aufzunehmen, es wurde aber nicht explizit gesagt, ob die Streams auch auf 4K laufen, da bin ich gespannt, andererseits muss ich sagen, für einen Stream reicht für mich auch Full HD, dann wären die Videos bei mir auch besser, weil momentan sind das ja nur 720p und gerade auf einem großen Fernseher merkt man den Unterschied, denn doch, von daher, es wäre schön, wenn es 4K möglich wäre, Full HD sollte aber Minimum, absolutes Minimum sein und das denke ich, wird die PS5 auch locker schaffen. Und ja, was habe ich ansonsten noch zu erwähnen vielleicht? Ja, ich glaube eigentlich nicht viel, wenn ich was vergessen haben sollte, dann lasst mich das doch ganz gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich weiß, einige andere bauschen sich jetzt hier aus und diskutieren, das kann ich auch persönlich, keine Frage. Ich könnte das Video doch wahrscheinlich eine Stunde lang machen und mit euch darüber diskutieren, was noch alles dazu kommt oder wir könnten spekulieren, gar keine Frage, aber ich möchte das Video auch nicht komplett in die Länge ziehen und vor allem unnötig in die Länge ziehen. Wenn ihr natürlich, wie gesagt, selbstverständlich Fragen habt, das ist gar kein Thema, dann stellt mir sie doch ganz gerne unten in die Kommentare oder ich habe vielleicht was vergessen und ihr möchtet explizit was wissen, dann werde ich das gerne versuchen zu beantworten. Wenn es aber in die Richtung gehen soll, wie die Kühlung ist, wie die Lautstärke der Konsolen ist, das kann aktuell wirklich keiner beurteilen oder sagen, denn da hat Sony noch nichts weiter rausgegeben, auch an Reporter nicht, dass man sie also mal testen könnte, gucken könnte, wie warm wird sie oder wie laut ist die Konsole. Man hat nun grobe Information, das heißt dazu werde ich euch nichts Explizites sagen können, leider, es tut mir leid an der Stelle, aber ansonsten, wenn es um die Oberfläche geht, ja, dann lasst mich das gerne wissen, dann machen wir das. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und dann